Hallo, Henry Beck, Profi im Piatlon, jetzt im Start unterwegs. Wie kommt es? Ja, ich habe vor vier Jahren bei Jump mitgemacht, bei so einem Gewinnspiel oder bei so einer Werbeaktion. Und da bin ich halt in das Team und habe mich politizieren können für Jump. Ja, und da habe ich mich halt so gut bewährt, dass ich halt jedes Jahr über ein anderes Team gefunden habe. Mit welchem Team unterwegs? Wie läuft es dieses Jahr? Ja, es ist ein R-Team-Racing und es läuft eigentlich ganz gut. Wir waren zwischenzeitlich mal dritter. Jetzt haben wir einen krankheitlichen Ausfall gehabt, deswegen sind wir auf die 5 zurückgefallen. Aber wir wollen wieder aufholen. Wir wollen Richtung 3. Ja, wäre schön. Gibt es Gemeinsamkeiten? Kartsport, Triathlon? Auf jeden Fall. Und zwar, man braucht auch, wie beim Kartsport, einen Fahrrad pro Probe. Also man muss wissen, wann das Fahrrad in der Kurve wegrutscht oder nicht. Alles klar. Dankeschön. Viel Glück noch. Dankeschön.